Nach dem Tod von Otto I. am 7. Mai 975 geht die Herrschaft über das ottonische Königreich relativ problemlos an dessen Sohn Otto II. weiter. Wir wollen uns in diesem Video genau mit diesem Otto II. befassen und wollen mal schauen, wie sich die ottonische Herrschaft unter seiner Regentschaft entwickelt hat. Dazu gehe ich aber noch einen kleinen Schritt zurück, also ein paar Jahre eben vor seiner Regentschaft. Wir wollen uns zunächst noch wichtige Daten in Erinnerung rufen, die nötig sind als Vorwissen vor Otto II. seine Herrschaft. Otto II. wird 955 geboren und schon relativ bald zum Mitkönig erhoben. Das ist vor allen Dingen deshalb so begründet, weil Otto I. nach Italien aufgebrochen ist und er zu Hause, also in seiner Heimat nördlich der Alpen, eine gewisse Sicherheit in der Herrschaft sichern wollte. Man muss ja auch immer bedenken, so eine Reise nach Rom ist relativ gefährlich. Man muss die Alpen überqueren, man weiß nicht, ob man jemals wieder zurückkommt und man muss die Geschäfte im Norden auch regeln. Vor allen Dingen, weil ja der König zu der Zeit ja dann in Rom ist, braucht er jemanden, der zuverlässig im Norden seine Geschäfte übernimmt. Okay, zugegeben, Otto II. ist mit knapp sechs Jahren wohl noch nicht in der Lage, Amtsgeschäfte zu führen, aber es wird hier im Grunde eine Nachfolgeregelung getroffen, falls was passieren sollte und das ist das entscheidende Momentum in diesem Fall. Im Dezember 967 wird Otto II. dann in Rom zum Mitkaiser erhoben und damit auch der Kaisertitel weitergegeben. Am 14.04.972 heiratet er die Nichte des byzantinischen Kaisers, nämlich Theophanou. Das war in diesem Falle wieder geschickte Heiratspolitik, weil man damit das Zwei-Kaiser-Problem für eine Zeit lang überwinden konnte. Man hatte ja durch die Kaiserkrönung Otto II. das Problem, dass man jetzt einen Kaiser nördlich der Alpen hatte, der auch noch einen Teil Italiens besessen hat, und eben den zweiten Kaiser, in dem Fall Johannes Zimiskes, in Konstantinopel. Also im byzantinischen Herrschaftsgebiet. Durch diese geschickte Heiratspolitik hatte man quasi einen Ausgleich bei der Kaisertümer erreicht und zunächst einmal Ruhe reingebracht. Wie gesagt, Otto I. verstirbt dann am 7. Mai 973 und schon ein Tag danach ist überliefert, dass die Großen des Reiches Otto II. huldigten, also damit die Herrschaft problemlos auf Otto II. übergegangen ist. Schauen wir uns kurz an, über was für ein Herrschaftsgebiet nun Otto II. verfügt. Das ist eigentlich relativ gut hier zu sehen. Er übernimmt das, was er von seinem Vater Otto I. bekommt. Also hier das Ganze, was man hier farbig sieht, bis auf das Königreich Burgund, das erst später dazu gewonnen wird. Aber, auch wenn es zunächst so scheint, als könnte die Herrschaft ganz einfach übertragen worden ist, ganz so einfach ist dies dann doch nicht. Es tun sich vier Probleme auf, die sich kurz nach dem Herrschaftsantritt schon deutlich machen. Erstens ein innenpolitisches Problem. Gerade durch die eigentlich geschickte Hochzeit mit Theophanou geht das verloren, was eigentlich zuvor Königtum ausgemacht hat. Königtum und Treue funktioniert ja zu der Zeit vor allen Dingen durch auch eine Anbindung der angesehenen und hochrangigen Adligen. Das heißt, durch Beteiligung an Ämtern, aber auch durch Hochzeiten zwischen der Königsfamilie und den hochrangigen Adligen werden Verbindungen erzeugt und gebunden. Das bleibt ja in dem Fall gerade durch Theophanou aus. Theophanou ist nun zugegeben auch für die sächsischen Adligen. Nun, jemand, der von ganz weit weg kommt von einem anderen Kaisertum, der auch gar keine Besitzungen im Heiligen Römischen Reich hat und der man also auch ein bisschen argwöhnlich gegenübersteht. Das zweite Problem ist jenes mit dem Herzog von Bayern, Heinrich dem Zenker, der ein Vetter Ottos ist, aber dennoch immer und immer wieder versuchen wird, Otto die Macht streitig zu machen. Auf diesen Konflikt werde ich gleich noch etwas genauer eingehen. Wichtig zu wissen ist, dass eben jener Heinrich der Zenker auch Einfluss auf das benachbarte Herzogtum Schwaben erlangen möchte, was letztlich zum Ausbruch des Konfliktes führt. Außenpolitisch hat man das Problem, dass sich in Rom einmal mehr Unruhen auftun. Das kennen wir ja schon aus der Herrschaft Ottos I., dass die Päpste es nicht einfach hatten in Rom wegen der römischen Stadtbevölkerung. Das ist also außenpolitisch zumindest anzumerken, wenngleich es keine direkte Gefahr ist für Ottos Herrschaft. Und ein viertes ganz praktisches Problem ist, dass zum Herrschaftsantritt noch kein Thronfolger geboren worden ist. Gut, Otto II. war erst 18 Jahre jung, insofern hatte das noch etwas Zeit, aber dennoch, man weiß ja nicht, was passiert. Es hätte ja auch ein Unglück dazwischen kommen können und dann wäre kein Ottone da gewesen, der die Nachfolge antritt.